Schwinger A7, Neufelsinn. Erstmal, er hat zwei Baume, aber das ist nicht so bedeutend. Schwarzer König ist nicht sicher. Weiß hat also sehr viel Feiertrauer. Also, wenn wir auf S6 nehmen, es droht damals der 4, damals A7. Schwarz muss etwas machen, verliert aber 6, H4, H5 und so weiter. Unspürbar. Also, Schwarz hat kein Gegenspiel. Die Kapier, die stelle ich in Wurzel. Also, König G2. Kein Problem. Eigentlich ganz gut spielbar. Schwarz hat aufgegeben. Ja, wirklich keine Chance. Also, speziell kann ich Läufer R6 abtreiben und dann spiele ich R4, R5.